Für mich persönlich ist die größte Herausforderung, die Menschen, die mir begegnen, so anzunehmen, wie sie sind, ohne über sie zu richten und sie zu bewerten. Ich würde gerne all das weitergeben, was mir selber gut gelingt. Vor allen Dingen Flexibilität, spontan zu sein und auch in Stresssituationen, die ja mehr oder weniger auch Tagesgeschäft sind, Struktur zu wahren, Achtsamkeit zu wahren, schnell und effizient zu funktionieren. Die Inspiration, mit dieser Arbeit auch jeden Tag an mir selbst zu arbeiten, so das gibt mir Energie. Der liebe Gott gibt mir Energie. Als gläubiger Christ prägt mich natürlich das, was ich von Jesus Christus aus der Bibel gelernt habe. Und ich habe auch Praxisanleiter kennengelernt, die mich in diesem Beruf begleitet haben, die eine absolute Vorbildfunktion hatten und den ich da auch nacheifere. Ja, ich denke, das Geheimnis ist, dass es ein kleines Haus ist, in dem sich fast jeder kennt und das sorgt für eine familiärere und freundschaftlichere Atmosphäre, würde ich sagen. Und so lässt es sich zumindest für mich hier hervorragend arbeiten. Mein Name ist Boris Hedelis. Derzeit bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger in unserer zentralen Notaufnahme. Das geht dann wehren nicht aufräumen, aber in der ganzen Welt, dass ich 15 Grad